Birgit, du kommst mir nicht davon. Du kommst mir nicht davon. Ich darf euch vorstellen. Birgit Pfeiffer vom KV Wagner. Birgit Pfeiffer vom KV Wagner. Ich hatte meine grüne Tracht an, meine Mütze auf. Daher kenne ich dich doch. Ich war das, ich war das, Birgit. Ich habe auf meinem Stühlchen gesessen, so brav, wie sich das gehört. Dann kommt die Frau um die Ecke. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich sitze, gucke das Programm, die kommt um die Ecke. Haut sich auf meinen Schoß, guckt mich an und sagt, geht es dir gut? Und das bei meinem Pflicht. Und dann habe ich nur gedacht, okay, ist ja Karneval. Man kann ja alles machen, es kann funktionieren. Dann hat sie sich das Glas genommen mit dem Weizen und hat das Glas hintergehalten. Da habe ich gesagt, mein lieber Schwan, das ist ein Hammerweib, oder? Birgit Pfeiffer. Ich muss noch eins dazu sagen. Birgit ist auch auf der Fernsehsitzung direkt im Friedrichshafen immer dabei. Ja, und im Schwabenländle. Jawohl! Ja, jawohl! Vielen Dank. Ihr seid echt ein super Publikum. Ein super Publikum. Und der eine oder andere hat mich ja schon erlebt, ja, ich mag, ich sehne ja gleich noch. Und der eine oder andere hat mich ja vielleicht schon erlebt mit der Dagmar Iri, der heute nicht dabei sein kann. Und der Olli hat mir aus der Herz, hat mir aus der Patsche geholfen. Und er hat gesagt, ich würde so gerne mit dir was machen. Und er hat mir geholfen. Danke Olli, dass du bereit warst, bitte machen. Danke. Und der Olli hat mir aus der Patsche geholfen. Und der Olli hat mir aus der Patsche geholfen. Danke. Und der Olli hat mir aus der Patsche geholfen. E.O.A. Mor, du har ikke sagt, du sidder mit Foto. Foto. Far, du har ikke sagt, du ist mit Uphalte. Du i Fungsmod, du i Alte. Ärendumpe, sieg, en doppelständer. Ärendumpe, sieg, en doppelständer. Ärendumpe, sieg, en doppelständer. Wir hätt' so spät und ich weiß. Wir hätt' noch e mit Vibrator. Vibrator. Der Vater hatt' sagt, du soll i Foto. Voto. I hätt' gesagt, i will in Palde, den Schittler, den Alte. E.O.A. 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 Danke, Pädagoge, dass du das so gut machst jetzt grad. E.O.A. 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 Ein Libra Yoare. E.O.A. Mordach sagt zu ihm Willeck Palme als Ersatz für wir alle. Er den Kuppel, die den Kuppel sind der Träger. Er den Kuppel, die den Kuppel sind der Träger. Dankeschön, es sei gut sein. Vielen Dank.